Was ist das für ein Säbel? Ganz nett, aber unnütz. Äh, ja, wo rappen? Wir müssen schnellstens hier raus. Das ist der Ausgang und da müssen wir später mal schauen, was das genau ist. Macht auch Top-Schreiben, ne? Was ist das für ein Säbel? Bei allen geht's gut. Bis auf unser Irrsinniger, der ist der Irrsinniger. Soll mir das jetzt mal hindurchtun? Geste des Mondes-Tempels, okay. Ich finde halt auch, Tempel des Mondes denkst du ja auch erstmal jetzt so hoch. Könnte jetzt ja auch irgendwas Gutes sein oder so. Aber eigentlich sind da ja nur Böse drinnen. So. Vom Ding her. Oh, irgendwas ist doch hier gerade passiert, oder? Gut, 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 gut. Denen geht's auch gut. Nur ein Kratzer. Ja. Also der, der Rot, der ist schon... Der ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Aber Schaden zufügen tun sie halt trotzdem nicht, ne? Hä? Da hab ich da noch einen, ne? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ball, hä? Dann bist du mir denn entkommen, bitte. Das ist ein Gefängnis, oder was ist das? Ein Gefängnis, wo du mal wieder easy rauskommst? Ja. Müssen wir wahrscheinlich lesen, was das ist. Telekinese, okay. Hm. Was du hier bekommst, fliegen, fliegen, fliegen. Ach, ich kann auch nicht alles. Wem soll das denn nützen? Ich glaub, wir haben zweimal Telekinese bekommen. Weil wir bestimmt jetzt gleich die Telekinese ansetzen sollen. Auf irgendeinem Zeichen. Aber ich weiß noch nicht so auf was. Ah, können wir leider nicht sehen. Äh, äh, äh. Äh, da ist doch der Schalter, oder nicht? Da. Gut gesagt, ist das der Schalter da hinten. So, gib ihm mal die Telekinese Rolle. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ganz nett. Aber unnütz. So, wo ist denn die? Da ist die doch. Der Play ist dort aktiv. Achso. Hä? Doch. Äh, aber es hat mir jetzt was gebracht. Ich fände, das haben wir schon ganz gut gemacht, so, ne? Und wenn wir jetzt mal Erdmagie noch ein hochkommen, dann können wir das halt auch, äh, wirklich mal so nutzen. Oh, man ist schon wieder Geister. Aber da gehen wir ja bald auf Alchemie. Und dann hauen wir die auch gut weg. Ey, wird doch auch eigentlich schnell umhauen, oder? Äh, umhauen. Ja. Da. Kann das gut sein, dass du mal die Schuhe anziehen musst? Ist das ein Kratzer? Geht trotzdem nicht. Wem soll das denn nützen? Halt bitte den Schaden durch Fernangriff. Oh, den könntest du mal haben. Der kann weg. Den kannst du auch haben. Ich habe keinen Platz. Keinen Platz mehr. Wem soll das denn nützen? So. Kriegst du nämlich hier noch den Ring. Außerdem musst du mit Morg da ein bisschen ran und healen. Das nützt nichts. Na komm. Ja. Und den nochmal hoch. Sehr, 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 sehr gut. Was ist hier hinter? Oh, so ne klassische Bett-Taktik. Da gehen keine Schüsse durch. Ja, aber so ist gut. Und die kommen doch nicht durch. Die Flachpfeifen. Ich schütt mal hier ran. Albern. Ah, albern. Ist auch echt albern. Ja. Ja. Perfekt. Ganz nett, aber unnütz. Rüstungskasse aber, okay. Wem soll das denn nützen? Gürtel plus 9. Ähm. Glück plus... A7 also. Ganz klassischer. Austausch hier. Hopp. Hier könnte noch ein gutes Buch versteckt sein. Vielleicht. Ein netter Zauber. Nein, 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 nein. Schade, schade, schade. Keiner Knopf. Wie man das aufmacht. Ich finde die Instanz schon ein bisschen verwirrender, ne? Warte mal. Au! Keine Ahnung. Ich hab die Ohren hier ein bisschen verloren gerade. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Und dann heilen wir dich mal hier hoch. Alter, der ist aber auch nicht schlecht. Alter, hast du so viel Leben oder warum kommt das ja kaum hoch? Oder er heilt sich hoch? Assi. Au! Äh. Ha! Hat sich da schon wieder hochgehalten. Komm, du gehst auf den Nacken. Oh, die Kerze! Jetzt mal so ein klein, ähm, kleines geteiltes Leben wäre ganz geil. Jetzt ihn mal weghauen wäre ganz nett. Ah. Noch einer, ich kack aus dem Arsch. Ist du eine Katze? Und der fügt auch immer gleich allen Schaden zu. Deswegen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Sicherheitscheck. Wir gehen hier längs. Hoffentlich fallen wir nicht gleich wieder runter. Boah, da sind ja auch noch mal Leute. Boah, jetzt kommt der hier hoch, ey. Wir müssen hier runter. Ähm, wo geht's denn hier draußen? Da sind ja doch überall welche. Haben wir von da bis hier. Und auch noch mal wer hier. Haben wir nicht verliebt. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Äh, bisschen Orientierung verloren. Jetzt krieg ich ein Kehrheit. Okay, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ich werde auch nicht mehr viel leben. Äh, ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Äh, mach mal dich hochhalten. Du hast jetzt noch 63. Aber geteiltes Leben, der Zauber bringt jetzt auch nichts. Äh, da ja schon was, die so nützlich sind. Ich könnte es jetzt noch mal. Ich könnte den reinhauen. Den und dann sind wir hier nicht. Äh. Kann da jetzt... Lasst uns abhauen. Ja, das ist der Ausgang gewesen. Gut. Kleinen Schlafhimmer. Ja. Und jetzt sind wir fit. Jetzt machen wir uns komplett durch. Mit Helden, du. Mit. Boah, er wird schon wieder auf uns geschehen. Dann machst du auf alle... deine... Scheiße drauf. Nur noch Schussmagie. Und jetzt... Auf die alle... alle sägen. Äh... Dann sägen. Jetzt... hier nochmal... hier nochmal... den rauf. Äh... Ich kann nochmal sägen. Ja, was hast du? Da. Ich muss auch zweimal sägen machen. Ich selber und auf Skelet. So. So, du hast... Du hast, du hast... Was auf den? Ja, dann muss man auf den. Und du brauchst es nicht. Warte, die kriegt gleich alle. Ich muss nur noch einmal... Oh, jetzt habe ich schon gut abbekommen. Und... Die Laufeln. Ordentlich. Jetzt noch einmal... Feuer... Zauberung. Auf den Bogen. Ich muss schon eigentlich stellen. Kann mich das jetzt beeindrucken? Ich habe Schutz vor Magie auf dem Bogen. Äh... Das magische Auge... Könnten wir nochmal anmachen, ne? Waren hier nicht Kalim-2 oben? Ist der runtergefallen vielleicht? Warte. Wirklich albern. Hier noch ein blauer. Ein Blaui sozusagen. Ja... Ich würde jetzt schön auf Nahkampf wegmachen. Ist ja sogar schon fast weg. Hehehe. Jetzt hast du nämlich nicht mehr so viele Chancen. Hier ist irgendwie nichts. Ist hier vielleicht nochmal eine Tür wieder versteckt. In den anderen... Tempel... Ähm... Sonst ist hier auch nichts mehr. Dann findest du jetzt trotzdem nochmal dein... ...Fackellicht anmachen. Wenn die hier schon mal wegmachen... ...denn die hier schon mal wegmachen... Ah... 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 Ja... So gut, noch so schnell. Er wollte sich selber einkehren können, oder was? Ja... So sieht das doch schön aus. Hier waren wir auch noch nicht. Äh... Ist natürlich jetzt... ...bisschen ungünstig, weil wir die Falle nicht schaffen. Ganz nett. Ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Und siehst du dich immer einen Nagel... Kein Platz mehr. ...abhackt. Alles. Da passt nichts mehr rein. Und das Inventar jetzt... Ganz nett. Aber unnütz. Voll wird. Oh. Ganz nett. Aber unnütz. Oh, die Goldhaufen sind halt wieder groß auch, ne? Keinen Platz mehr. Alles voll. Können wir die Millionen noch schaffen in dem Spiel? Millionen Gold zu haben? Alter, dann kannst du dir alles kaufen, wirklich. Oh, haben wir hier unten aufgemacht. Ja. Scheint schon. Hier waren wir auch überall. Äh... Okay, da kommen wir da so rum. Jojojojo. Da waren wir auch gerade drinnen. Äh... Was ich nochmal gucken will. Sechster Sinn. Müssen wir auch mal Meister werden demnächst, ne? Luftmagie und Erdmagie Meister, ne? Das wär's halt. Boah, Sechster Sinn Meister können wir halt schon werden. Wo kann man denn Sechster Sinn Meister werden? Notizen. Das interessiert mich halt jetzt einfach gerade. Ne, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Äh, erkennen, Körper, groß. Ne, da sechster Sinn Meister lebt in Pierpont in den Elfengebieten des Tulranischen Forests. Alles klar. Da müssen wir ja eh noch hin. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Oh, na. Ähm, unten sind wir fertig, denke ich mal. Müssen wir nur noch hoch. Bedeutet diesmal auch ohne Gefängnis. Ach, sind wir doch wohl im Gefängnis drin, ey. Ich glaubte es nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert, würd' ich sagen. Au! Ah! Hat er mich abgelenkt? Ohm. Bleiben Sie cool, bleiben Sie entspannt. Ich bleib ruhig und relaxed. Ich mach mich schon vorher weg. Ne, da kommen wir hier gerade gar nicht aufmengen. Geben wir auf Nahkampf. Ist doch Kaka-Progen. Jetzt geht er auf Priester, wird 70 Schaden. Alter. Er hatte gar keine Chance. Oh, hab's geschafft. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Da auf. Da gehen wir auf Nahkampf. Pam, 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 pam. Kann ja auch möglich fliegen, ne? Sehr geil. Auch alles weg. Wem soll das denn nützen? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe... Wir haben keinen Platz mehr, Leute. Ganz nett, aber unnütz. Und ich weiß nicht, was wir hier jetzt noch alles finden werden. Schönes Buch? Nein. Die Tür hat sich gerade geöffnet. Okay. Was ist das hier in der Mitte? Geht da irgendwas Cooles? Nö. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Ja, die kriegen ja auch beide safe nicht mit. Ist doch nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. War ich das etwa? Haben wir jetzt schon die Statue, die zweite? Äh. Da ist eine Statue. Nun ist das Mutumhang. Erhöht den Effekt aller Schattenzauber. Hat du nur sieben? Da passt nichts mehr rein! Ist aber aus wie ein Houdini, Alter. Also irgendwie glaube ich, wir haben hier noch was übersehen. Weil dahinter soll auch noch irgendwie was sein, ne? Das könnte natürlich auch von oben sein, irgendwie. Und dann ist hier bestimmt die Statue drin, ne? Die nehmen wir jetzt einfach mal nicht mit. Scheißen wir jetzt auf den Rest hier, der denn noch drin ist? Ah, fuck. Das ist schon eine recht gute, ne? Der hat dir das ohne. Also. Und dann nehmen wir die mit. Ich hab sie dann direkt angezogen. Das Hackebeil. Nehmen wir das Hackebeil mit. Ach. Ich kann auch nicht alles. Ich würd sagen, das ist 200 wert. Wir haben hier ein paar eher weniger brauchbare Sachen. Das ist auch 200 wert, ne? 50, das ist 1050 wert. Lassen wir es liegen. Ist mir echt Wumpe jetzt gerade. Weil wir haben jetzt alle Statuen. Wir waren bei den Steinmonolithen. Äh, ich glaub, dass wir hier gleich fertig sind. Ich muss jetzt nur noch den Ausgang finden. Und da hab ich halt tatsächlich meine kompletten Schwierigkeiten. Ähm, richtig angenehm wäre auf der Insel. Ähm, nach so'n Rüstungsladen oder so. Was ist diese hier? Aha, da waren wir ja schon mal. Walsch, meiste. Äh, wir haben hier aber echt nichts verkauft, ne? Gut, dann lass uns hier abhauen. Wurde ich mal behaupten. Das ist hier auch einfach nichts mehr. Da waren wir ja... Eigentlich sind die nur Tempels, ne? Tempels. Tempel und ein paar Meister und so. Ist nicht so wirklich was, ne? Ähm, hier glaubt man noch kunstliche Hämehre mitnehmen, ne? Das kostet hier nur einfach nichts. Das einzige. So, da haben wir hier auch eigentlich alles umgründet. Ahoy! Willkommen an Bord! Ich will kurz mal schauen, ob wir hier auch nach Forrest kommen. Forrest wäre schon interessant von hier aus. Reisen. Ähm, total Tularin Forest. Tularin-scher Forest. Hm. Da sind wir aber gar nicht. Hehe. Wir können da am Samstag und Sonntag nach Forrest. Und es ist nicht Samstag oder Sonntag. Da bin ich ja schon. Oh. Da. Das dauert halt nur eine Woche, ne? Das können wir doch auch von Dataya äh, äh, oder? Detail-Rufen. Weil nicht nach Forrest, ne? Was scheiße jetzt? Könnte halt nur nach Evli. Dann machen wir da jetzt noch das mit dem König. Abfahrt. Suchen jetzt den Feenkönig. Ahoy! Willkommen an Burg angeholt und segelsetzt. Nix. Iiisa. Da müssen wir auf die Insel da, um was zu verkaufen, ne? Mach mal bitte dein... Äh, das machen wir auch in Dings. In Evli. Weil da es wahrscheinlich auch beide Händler gibt. Hier gibt es keinen Mischladen. der so Gefühl, alles immer nimmt. Böse Scharfschütze, ne? Die Villa will ich auch noch komplett fertig machen, wirklich, ne? Wo können wir denn heute hin? Ich war halt schon bis hier. Durch. Heute kommt mein Landtag wieder, weil wir heute Sonntag haben, Allah. Eigentlich müssten wir heute, wenn ich es so im Kopf richtig überschlagen habe, Freitagsjahrnacht. Ahoy! Willkommen an Bord! Ja. Geil. So, Mahlzeit. Jetzt müssen wir erstmal das große Verkaufen wieder machen. Das wäre echt auf den Sack jetzt hier so ein bisschen. Ähm. Da ist der Händler dafür. Du. Geschlossen. Geschlossen. Übung macht den Meister. Perfekt. Die allerbesten Waffen. Verkaufen. Eigentlich waren keine guten Waffen dabei. Wird man ja auch schon mittlerweile erkennen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. irgendjemanden geben. Den ziehen wir auch jemanden irgendwie an. Den nicht. Danke. Bitte. Funkenflug kann verkauft werden. Der. Kenn ich nicht. Ich habe keinen Platz. Ich weiß nicht, was das ist. Der komische Dolch und die Niederrüstung und der Umhang. ganz ehrlich kommt weg. Der kommt auch weg. Der Fäder kommt weg. Der Ring kommt weg. Luftresistenz kommt auch weg. Das Heilen scheint zu verschaffen. Ich kann alles weg. Ähm. Ein paar Waffen. Vielleicht mal nix. Zwei jetzt. Da war noch was Größte. Zwei mal, drei mal. Ich weiß nicht, was das ist. Da passt nichts mehr rein. Ganz nett. Aber unnütz. Keinen Platz mehr. Ich weiß nicht, was das ist. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Wo kamst du sowas nicht? Da passt nichts mehr rein. Wem soll das denn nützen? Ich bin ganz ehrlich. Die könnte er doch eigentlich haben, ne? Ich habe keinen Platz. Erst müssen wir etwas loswerden. Du vielleicht? Ja. Wir müssen auf jeden Fall. Die allerbesten Waffen. Danke. Bitte. Wem soll das denn nützen? Das muss man erkannt haben. Haben alles weg. Das ist auch alles. Da ist auch nichts drauf, ne? Wenn sie zaubern haben, nichts. Hä? Wem soll das denn nützen? Ganz falsch. Opfer und Zauberspruch. Hm. Generation. Tränkflasche kann er noch mal walten. Ich bin echt immer ganz gut gebrochen. Unschildanhänger. Geradewegs aus Major ist diese Art. Ich bin schon genau das, was sie von Totenbeschwörung erwarten würden. Der Silbergekopf in der Mitte wurde. Äh, das Abdruck eines echten, geschrumpften Schädels geformt. Die kleinen Turbinen in der Augenhöhle funkeln in der Dunkelheit. Kann aber verkauft werden. Hä? Was soll das denn sein? Kein Platz mehr. Okay, ich denke mal, jetzt kann sie nicht noch mehr tragen. Kein Platz mehr. Und dann... Die allerbesten Waffen. Brauchen wir erst mal die Waffen hier alle. Äh, jetzt die Rüstung. Und bis... Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Äh... Ja, da hat er noch den Helm. Das ist das schon mal. Das ist nur noch Ramsch. Kein Platz mehr. Äh, das hast du eigentlich für eine Rüstung. Auch nur eine normale, okay. Äh, die Schrift wollen wir alle zur Seite packen. Das hier mal dahin. Äh, jo. Ja. Dann passt da nämlich jetzt auch wieder einiges rein. Den Umhang... Kannst doch eigentlich mal... Du vielleicht haben? Nee. Nehme ich lieber die Stärke mit. Ähm... Erhört den Effekt aller Licht sauber. Das kriegst du jetzt einfach mal. Ganz stumpf gesagt. Dann kannst du... Den meinetwegen haben. Und... Äh... Auch irgendwie jetzt... Weiß ich nicht. Weiß er noch nicht. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Komm, 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 komm. Warn. Wem soll das denn nützen? Kenn ich nicht. Kennt er nicht. Ganz nett. Aber unnütz. Und das andere Amulett muss... Ganz nett. Aber unnütz. Geschickt. 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 Sagst du das. Auf Stehen und Entschärfen. Hm. Nehmen wir raus. Brauchen wir mehr. Bald brauchen wir das gar nicht mehr. Keinen Platz mehr. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Ähm... Nö. Ja, doch, doch. Eine Sache hat er noch. Den hier. War mir einfach... Allerbesten Waffen. Und da die Waffen verkaufen. Er hat da nicht. Danke. Noch eine Sache. Das sind nur die. Das noch. Ach, den Pilz kann sie auch noch haben. Äh. So. Ganz nett. Aber unnütz. Also erkennen ist halt... Echt... Wichtig, ne? Scheiße, ich hab keine Waffen mehr für dich. Doch, einen Dolch hatte ich da gerade eben. Ja, da krieg ich nicht so viel. Aber dafür weg kann der nicht. Sehr. Wie kann ich euch helfen? Okay, jetzt muss ich den Rest... War mir ein Vergnügen. Schladen hier irgendwo. Gar nicht. Da auch nicht. Ich glaube, ihr habt nicht so einen Laden, ne? Kann das sein? Äh... Ne. Die haben nur eine Brauerei noch. Und sonst nichts. Ah, okay. Ein Hufeisen müsst ihr hier noch irgendwo hinlegen. So, was ich auch nochmal gucken wollte. Ob ich jetzt übersicher bin, wo ich was lernen kann. Entschärfen. Kann ich noch nicht. Exer Sinn. Meister ist in Forest. Experte kann sie da ja noch nicht. Cat oder Meister. Das kann sie jetzt mittlerweile auch noch nicht. Ähm... Bogen Meister. Auch im Mount. Dann hat sie jetzt im Moment auch nichts. Und ich würde hier auch nicht zwangsläufig irgendwie was... machen lassen wollen hier irgendwie. Außer vielleicht Bogen noch ein bisschen, aber... Höh... 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 Kette könnte sie noch ein bisschen... Sonst haben wir hier auch nichts so wirklich, ne? Nö. Ich denke mal, so ist ganz gut. Jetzt müssen wir aber mal schauen. Hier hat halt noch so viel Scheiße jetzt hier. Aber naja, müssen wir erstmal jetzt so klarkommen. Ähm... Was ich auch noch schauen wollte, ist, wo die dritte Statue ist. Ähm... Den Berg... Also das mit dem... Ähm... Feenkönig, wenn ich mal gucken, ob ich das irgendwie selber herauslesen kann. Vielleicht sogar. Ah, scheiße, wir müssen mit den Statuen auch noch überall hin, ne? Wir sind doch gerade in Aveline, ne? Okay, wo ist hier das Altar? Boah, die Insel ist auch voll schwer, meine ich, ne? Aber egal, wir müssen jetzt erstmal den Eingang finden. Aber wo war der? Äh, was ist denn da? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ich bin doch im Arsch. Aveline ist halt sehr, sehr stark, ne? Aber ich glaube... Hm... Dass wir hier... Gar nicht so wirklich... Äh... Uns durchkämpfen müssen. Äh... Löcher heilen. Genau, hochheilen. Und Regeneration raufmachen. Sehr wichtig. Ähm... So, jetzt muss man es mal durchlesen. Wie kommen wir jetzt zum Feenkönig? Löst das Geheimnis, wie man den Feenhügel in Aveline betreten kann. Und sprecht mit dem Feenkönig. Ah ja. Ich will doch noch eine Quest dazu. Äh... Geht irgendjemand... Bringt den Brief zum Feenkönig... Ja, das ist nur der Brief... Den Brief zum Feenkönig. In der Halle unter den Bergen... Ja... Was ist hier? Das ist nur der Heiler. Äh... Es war hier nicht irgendwie so ein Mega-Baum oder so? Was man da mit dahin konnte... Oder ich... Scharfe... Nee... Wir haben noch einige Tipps dazu gegeben, ne? Kettenmeister... Der will nur Sachen kaufen. Äh... Was ist denn hier drin? Wer ist der Magie-Meister? Das könntest du jetzt machen... Wenn du... Meisterschüsse oder Scharfschüsse wärst. Aber nein. Axtexperte, das können wir schon. Das sagt auch nichts Tolles zu uns. Aha. Aha, 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 Sperrexperte, sechster Sinn, ne bitte, auch nix tolles. Ja, wie kommen wir da nochmal hin? Da auch nicht drüber. War das nicht irgendwie, dass da eine Hütte stand oder so? Und über die kann man da rein? Geister-Magien-Meister. Man sagt, Elfen sind eigentlich Feen, aber tatsächlich sind wir nur entfernte Verwandte. Die echten Feen leben nicht in der Zivilisation und sind genau wie in der Geschichte verspielt. Grausam, Magie begeistert und gefährlich. Aber wenn ihr wirklich welche treffen wollt, könnt ihr sie in der Halle unter den Bergen besuchen. So nennen sie sie. Sie ist direkt außerhalb des Dorfes, etwa nördlich und westlich. Es wird eine echte Herausforderung werden. Das bis zum Eingangstür zu schaffen. Okay. Nördlich und westlich anscheinend. Äh. Nördlich und westlich. Hä, also hier? Da? Da ist ja noch was, ne? Hm. Da ist auf jeden Fall was. Da ist ja noch was. Da ist ja noch eins.